Die Rückkehr des für tot gehaltenen Darth Maul war der wohl größte Twist der Animationsserie Star Wars The Clone Wars. Der in Episode 1 von Obi-Wan in zweigeteilte Sith Lord überlebte seinen Sturz in dem Schach und kehrte danach Jahre später zurück und sehnte sich nach der Rache, bis er dann schließlich in Star Wars Rebels in einer unglaublich emotionalen und beinahe schon fast perfekten Szene vom alten Obi-Wan getötet wurde. Doch schon vor Star Wars Rebels gab es eine 17-seitige Geschichte aus einem Comic, der nach der Übernahme Disneys aus dem Kanon gestrichen wurde. In diesem Comic überlebte Maul ebenfalls Episode 1, wurde letztendlich allerdings von Lukes Onkel Owen getötet. Wie es dazu kam und vieles mehr erfahrt ihr in diesem Video. Außerdem haben gerade einmal 25% der Zuschauer diesen Kanal abonniert. Wenn du diesen Kanal also noch nicht abonniert hast, dann hol dies doch nach. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video. Als erstes etwas zu dem Comic. Als George Lucas das Drehbuch für Episode 3, Die Rache der Sith schrieb, hatte er natürlich auch einige Leute, die ihm dabei halfen, die Hintergrundgeschichte der vielen Charaktere zu schreiben. Die Geschichten, die es nicht in den Film schafften, wurden dann mit diesem Comic veröffentlicht. Und dort war eben auch Darth Mauls Geschichte vorhanden. Interessant zu sehen ist hierbei auch, was Disney später aus dem Comic übernahm und was sie verwarfen. Der Comic beginnt auf Tatooine mit einem jungen Luke Skywalker, der die Zwillingssonnen von Tatooine bestaunt. Als Onkel Owen mit dem Fernglas in die Ferne schaut, sah er eine Gestalt, die sich rasend schnell auf ihn zubewegte. Owen forderte Tante Beru auf, ihm sein Gewehr zu bringen und die beiden mussten feststellen, dass es sich nicht um Taskenräuber handelte. Owen schoss auf die Gestalt und forderte ihn auf, stehen zu bleiben. Doch bevor er seine Waffe ein zweites Mal abfeuern konnte, nahm die Gestalt, die sich später als Darth Maul offenbaren sollte, Owens Gewehr und schlug ihm ins Gesicht. Dann stand Maul vor Beru, Owen und Luke, die vor ihm am Boden lagen. Maul begann plötzlich damit, zum Wind zu sprechen und sagte, dass er ihn über Jahre hinweg verfolgt hat. Maul fuhr fort und sagte, Dann erschien Obi-Wan und stellte Maul Fragen über Palpatine und das Imperium, woraufhin Maul sagte, dass es keinen Palpatine und kein Imperium gebe, sondern nur nach sie zwei. Obi-Wan sagte, dass er das letzte Mal nur ein Padawan war. Doch jetzt wird die Duell enden und es wird nur einen Überlebenden geben. Am Anfang des Duells schien es so, als ob Maul die Überhand hätte. Doch wie in Star Wars Rebels gelang es Obi-Wan, Maul zu bezwingen. In dem Comic halbierte er sein Lichtschwert in der Mitte und trennte seinen Arm ab. Obi-Wan wollte dem Ganzen ein Ende setzen, doch bevor es dazu kam, drang Maul in seine Gedanken ein. Er sah seine Gedanken über Qui-Gon, Padme und Anakin. Sie waren alle tot. Der Hass in Obi-Wan begann zu wachsen und die Überhand zu gewinnen. Doch bevor es dazu kam, nahm Owens einen Blaster in die Hand und erledigte Maul mit einem Kopfschuss. Owens sagte Obi-Wan, dass er Mauls Körper irgendwo in der Wüste von Tatooine verbrennen soll und dann nie wieder zurückkehren soll. Als Obi-Wan die Farme also letztendlich mit der Leiche Mauls verließ, sagte er Luke durch seine Gedanken, dass er immer mit einem Auge über ihn wachen wird. Aber was haltet ihr von diesem Comic und dieser Geschichte? Findet ihr, dass diese Sende von Darth Maul besser ist als das in Star Wars Rebels? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Und ansonsten könnt ihr jetzt noch hier links oder rechts klicken, um euch ein weiteres Video von mir anzuschauen. Und sonst sehen wir uns wie immer im nächsten Video.